Herzlich willkommen, du Herr der Ringe-Fan da draußen. Ja, wir befinden uns gerade... Wollen wir mit Saruman mal wieder spielen oder... Ach komm, wir spielen mit Wurz. Irgendwie, da haben wir die besten Erfahrungen. Außerdem ist es der Kriegsführer. Wurz ist seit Menschengedenken der Sitz der Könige Rohans. Doch schon bald wird die Stadt aus Holz in Trümmern liegen. Allein weil Wurz kommt, hallo? Eigentlich Lutz, Lutz, aber eigentlich ist er nicht Lurz. Lutz, Lurz? Es ist halt, ja, ich nenne immer irgendwie Lurz. Lutz, 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 L Zerstört alle Lager der Pferdeherren, die uns trotzen. Zerschmettert die Verteidiger der Stadt. Reißt alle Gebäude in Edoras nieder. Halt ihr Maden, wir werden hier lagern. Hey, missen wir auch. Ich meine, hallo. Die Hörner von Edoras, sie haben unsere Gegenwart bemerkt. Heute kosten wir Menschenfleisch. So, wir gehen aber mal hier hin. Und mal so ein Turm hier hingesetzt erstmal. Und... So, die Wildsmann-Position. Weiter, weiter! Bewegung, los! Die Burg ist fertig! Ja, wir sammeln erstmal ein bisschen Rohstoffe, ne? Maul halten! Maul! Parieren hier. Ich glaub... Wo ist das? Geht da was? Ich rieche menschenfleisch! Ihr macht, was ich sage! Ich rieche menschenfleisch! Lauft schneller! Maul halten! Zurück in Formation! Aufwachen! Mh... Haben wir echt keine Armbrüschschützen mehr? Höh? Oh, die können auch von da kommen. Ich rieche menschenfleisch! Urwuchs! Vorwärts! Zuhören! Das ist so ruhig reinrennen! Sie müssen sterben. Nice. So. Perfekt. Okay, 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 okay. Das wird hart, das wird heftig. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal hier diesen Punkt hier. Kommen hier irgendwo Reiter. Genau, schön rein marschieren, Jungs. Lutz hat da ein bisschen Break gedanced. Perfekt, so jetzt können wir der ersten Einheit mal hier vorgehen. Können wir auch mal mit denen hier vorkommen. Wollen wir die erstmal kaputt? Ja, mach die mal kaputt, Alter. Ja, voll schön, Lutz ist gleich level 7 schon. Was schont niemanden? Unsere Häuser stehen in Flammen. Was schont niemanden? Wir machen das nicht. Ausgut. Hold the level 7, jawoll. So leicht ist das. Schönes Ding. Dann holen wir uns hier erstmal ein Lager. Und dann holen wir uns gleich das hier oben. Sollte ja an sich auch kein Problem sein. Na. Erstmal hier. Ich will hier erstmal eine kleine Front bauen, dass sie... Das grunnen zu schweinen schon wieder. Dass sie uns hier nicht reinrennen können. Das ist erstmal so unser allererster Punkt. Dann haben wir hier nämlich so eine kleine Verteidigungsreihe. Da können sie uns nix. Super am Start hier, der Lutz. Hoppa, super. Ich bin so stolz auf ihn. Er ist so wie der Sohn, den ich nie hatte. Ja, du kannst mir hier das ein bisschen kaputt machen. Jetzt können wir hier noch dann einen Bogen schützen. Der Turm machen. Was können wir eigentlich noch machen? Oh, Waaggrube. Sehr schön. Deswegen hatte ich eigentlich gesagt, dass wir so Türme sitzen. Hier in diese Front. Und der Turm ist halt schon viel geiler, ne? Dann bleibt mal hier. Und, äh, den Turm noch gesetzt. Den Turm hier hin, hier noch ein Turm. Dann, in diesen Gott, ah, ne, 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 ne. Abriss, 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 abbruch, 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 abbruch. Hallo. Ihr könnt hier mal hin marschieren. Die können hier mal alles kaputt machen, ne? Da können wir nämlich den Turm setzen noch. Haben wir hier nämlich drei Türme. Das passt, wenn die dann immer rausgeritten kommen. Haben die so eine Art wie keine Chance, ne? So, das ist es. Was haben wir denn? Plündern die Schätze der toten Könige Rohans. Bonus wirf Eowyn nieder. Wo ist denn der eigentlich? Hockt der hier? Das war ja Eowyn, ne? Werf Eowyn nieder. Das machen wir ja. Gut. Haltet eure Waffen bereit. Perfekt. Hier noch. Ah, 100, 120 Nahkampfschaden, 100 Fernkampfschaden. Boah, das ist halt schon, ne? Der kann was. Langsam. Kann ja hier mal alles ein bisschen niederschießen. Irgendwann ganz gut. Und Waag-Reiter, ne? Will ich mir mal angucken. Ich will mal alle wegschießen. Dann können wir mit der Gruppe. Das sind ja Indolevel 2er. Mal hier rein marschieren. Schlachtet sie ab! Oh, nice. Oh, ho, ho. Lurz, du bist ein alter... Bist ein alter Stecher. Ich kann es nicht immer wieder sagen, ne? Der alte Stecher. Den Turm kann man abreißen. Wir marschieren jetzt mal ein Stückchen weiter vor mit denen. Und mit denen eigentlich auch. Gerastet wird nicht. Gerastet wird nicht. Logisch wird nicht gerastet, weil wir keinen Bock drauf haben. Bist du eine Armee? Ein Mann, weißt du? Die Ein-Mann-Armee. Es wird eine Chance. Deine Chance, sich nochmal zu beweisen. Noch stärker zu werden. Das ist jetzt nicht so hart, weil die ja mit Stärke, Schwertkämpfer, Schwächen, Lanzenträger, Bogenschützen so. Wir warten kurz. Ist halt auch irgendwie geil, die Wand zu hiten, ne? Das ist irgendwie so lustig. Das ist schon wieder fast viertel voll. Mit den Waag-Kreitern will ich halt gerne mal hier mal so rein natzen. Macht eure Waffen bereit. Die neuen Waag-Kreiter sind da. Vor allem die neuen. Die neuen Waag-Kreiter. Sie wittern Essen. Da drin. Die neuen Waag-Kreiter sind halt, ne? Die neuen, nicht die alten. Haben wir hier schönen Wald-Fleck. Oh, hier. Die guten alten Waag-Kreiter. Dann machen wir wieder unsere, ja, unsere altbekannte Technik, ne? Bleibt zurück, bleibt zurück. Ja, 15, komm, das ist... Heulen. Schaden. Das ist halt auch geil, ne? Einfach so eine kleine Verteidigungsfront gebaut. Direkt hier, wir brauchen Lutz wieder. Verteidiger Flach, wir sind hungrig. Heißt, die Wölfe, lass die Wölke los. 480 brauchen wir. Macht eure Waffen bereit. Die alle öffnen uns an. Macht euch kampfbereit. Zurück, zurück, zurück. Weiter, weiter. Weiter so. Ja. Jetzt haben wir die hier. So, perfekt, 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 perfekt. Äh, wir warten wieder auf Lutz. Heißt die Wölfe ins Auge. Mein Wark hat Hunger. Aber jetzt können wir dann mal ein bisschen hier die Türme kaputt machen. In Lutz-Ready ist, marschieren wir hier mal rein. Machen wir jetzt mal nicht lang rum. Aber die Nerven auch, ne? Die Nerven auch richtig. Lutz, bin ich am Start. Oh, gleich. Lutz, wir warten mal wieder alle nur auf dich. Lutz, wir warten alle 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 auf dich. Machen wir uns auf die Jagd. Nice. Da, perfekt. Lutz ist wieder da. Lutz. Dann haben wir uns die, der hat den Punkt da oben. Und dann haben wir da schon mal Ruhe. Dann kommen die eh nur noch von der Stadt aus, ne? Dann haben wir da komplett Ruhe. Dann kommen die eh nur noch von, von, von der Stadt. und dann passt das. Das wird so wisch. Stark. Ah, da kommt er gelaufen. So, Level 7 hat er also. Ah, da kommen schon wieder welche. Los, reiht die um. Die nerven schon hart. So, wir marschieren jetzt mal hier rein. So, wir marschieren jetzt mal da rein. Ah, nice. So, macht hier das alles mal kaputt. Und als nächstes dann hier immer die Gebäude, die uns Schaden zufügen. Immer das Wichtigste, die, die uns kaputt machen können. Oder die uns Schaden zufügen können. Immer kaputt machen. Die haben da ein Geheimding, aber da machen wir auch wieder hier. Oh, das ist alles kaputt, man. Und da ist man. Ja. Ja, danke. Mach hier mal alles kaputt. Jetzt machen wir hier nämlich die Front hier mal. Weil wenn die da immer kommen, können die uns nämlich mal. Ja, komm, den machen wir auch noch. Ey, so viel brauchen wir echt nicht mehr. Dann machen wir hier auch noch eins hin. Macht eure Waffen bereit. Ihr greifen Mann. Macht das mal kaputt. Waren wir schon noch irgendwas? Wir müssen alle Lager Rohans erledigen. Ja, das haben wir. Das haben wir kaputt. Das haben wir kaputt. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Ich krieg langsam Hunger. Die Fahrer sind hungrig. Eins würde ich mal hierhin stellen. Ein so. Ein Verteidigungsbataillon. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Saruman wird erfreut sein. Da haben wir Lutz hier jetzt hin. Machen wir das. Hier haben wir alles zugedefft. Passt. Gut. Gut, hier unten müssen wir noch. Das stört mich da. Äh, hallo? Da, hier. Nee. Ich bin zum Einzelnen da. Macht mir mal bitte das kaputt. Das stört mich da auf der Map. Ich will das schön. Oh, 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 oh. Da wird's gefährlich. Seht euch das an. Die haben Feuerpfeile. Ich bin zum Lager. Zurück. Ich beobachte euch. Jetzt. Jetzt. Jetzt kann dich keiner retten. So, Lutz. Mach die mal platt. Ist ja voll easy. Tut ja keiner was dagegen. Puh. Ha, geil. Da tut ja überhaupt keiner was dagegen. Warum nicht? Wir haben wieder ein gutes Level ab dann, ne? Hey, das ist unfair. Warum? Genau, kümmere dich um die. Ist ja richtig schlecht von denen. Ist ja richtig, richtig schlecht. Hä, das ist ja... Und mir soll's egal sein. Ich find's gut. Wir leveln gut. Okay, die können... Die können die auch rufen, alles klar. Gut, das war nur meine Frage, ob die... Die hab ich mir jetzt beantwortet. Oh, komm wieder ein paar... Das ist dann Lutz hier ein bisschen geschützt. Das ist bestimmt von den Türmen, oder? So ein bisschen... So minimal. Ja. So. So. Perfekt. er kriegt wird ein bisschen gedaefft von den von den türen kann er die noch killen dann kommen die nächsten da kriegen wir den auch ziemlich schnell hier hoch dann kriegen wir den auch schon in stufe 8 aber wenn es so geht man easy peasy nur dahingestellt da so hingestellt jetzt würde ich schon gern mitnehmen man hat ja schon fast sieben halb dann schön mitgenommen alles schön die ep man die schicken ja mal wieder welche hoch schön ep immer mitgenommen die goldene halle passt wo sind denn dann die gräber die wir gern plündern wollen wo sind die gräber ach hier da sind ja auch gräber können wir dann mit dem markt eigentlich hinreiten geht ja voll klar oder hier geht nicht können wir die plündern die schützen geht auch nicht ok ja ein viertel haben wir schon wir gehen auf die falb zu gut dann würde ich sagen machen wir heute mal ne kürzere folge weil die letzten ja schon so lang waren und ja ich denk ja wir sehen uns in der nächsten folge ne ciao ho ho Das war's für heute.